Ach du Kacke, das ist unnormal, ich liebe dieses Derteil, what? No, alter, ja wir sind drin, Polizei, oh nein, pack deine Hände nach oben, du Verbrecher, oh mein Gott, nein, ich will nicht, oh nein, es ist aus, wollen wir ins Gefängnis kommen, es ist ein Scherz, nein, dieses Gefängnis, wir müssen rauskommen. Wir werden heute wieder ganz viel Geld klauen, Leute, das ist richtig, wir werden von allen Banken ihr gesamtes Geld klauen, was bestimmt eine Menge Geld wäre, weil ich meine, stell dir mal vor, du würdest in jede einzelne Bank auf der Welt reingehen und du würdest von jedem das ganze Geld klauen, wie reich wärst du? Ich glaub, du wärst so reich, dass du dir denken würdest, hey, der, dem ich das Geld geben sollte, ist definitiv deine Jessen, weil er das Geld verdient hat, richtig, hundertprozentig, das würdest du tun, nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Leute, sind wir zurück bei Roblox! Heute werden wir eine Bank ausrauben, wie ich schon erwähnt, das wird ziemlich geil, Leute, weil ich, eine der Sachen, die ich am liebsten tue und eine der Hobbys, wenn mich Leute fragen, was ich tue, also quasi sagen wir zum Beispiel ein Fremder fragt mich, was ich hobbymäßig tue, sage ich, ich raube ab und zu Banken aus. Die anderen halten das für einen Scherz, genauso wie du jetzt, aber das ist kein Scherz. Und Leute, ich meine, ihr liebt Roblox und ich liebe Roblox, also wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann 1000 Likes in der Stunde und nicht laut so schnell wie möglich in der nächsten Folge, okay? Und abonnieren hier unten kostenlos, um keine Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Nun, wir sind gerade hier und ich glaube, wir sollten noch ein Tutorial bekommen, oder? Weil ich meine, what the, was, wir steigen in den Van? Oh, hey, was geht ab, na? Alles klar, bei dir Teleporter leben. What the freak? Unbesiegbar kann ich mich sogar machen, ich kann mir Teleporter holen. Ich meine, ich habe eine Menge Roblox, ich habe wortwörtlich fast 30.000 Roblox, 99 Leben. Auf jeden Fall, Leute, 99 Leben brauche ich auf jeden Fall, Leute. Das wird sehr wichtig sein. Blocks Detektor. Keine Ahnung, was das tut, aber es ist nicht so teuer, deswegen hole ich mir das einfach. Ich meine, alles, was billig ist, sollte man sich holen, okay? Wenn die diese 1 Euro läden, da gehen die Leute am liebsten hin, okay? Weil, da bekommt man einfach alles für 1 Euro, egal was du da siehst. Es kostet nur 1 Euro. Und wow, wer bist du? Okay, mein Name ist Sam. Äh, hi Sam. Da, die Bank ist nur ein paar Blöcke entfernt. Ja, ich sehe es auf jeden Fall. Geh und rede mit Talk, mit Fred, er wird wissen, was er tut. Hebe alle Blocks Tokens auf. Vor allem, wieso überspringt er das einfach die ganze Zeit? Ich kann nicht immer was drücken, normalerweise, wenn der Text kommt, drückt man ja die Maustaste, da kommt man weiter, aber nein, in diesem Fall nicht. In diesem Fall dreht er und dann dreht er einfach so automatisch weiter. Aber das Ziel ist, diese ganzen Blocks Tokens einzusammeln, die ziemlich gut versteckt sind. Ich meine, was dafür soll das? Aber warte mal, kann ich nicht einfach hier drauf? Ja, ich kann hier drauf. Das ist sehr gut, Leute. Und jetzt ist die Frage. Ja, okay, jetzt weiß ich auch nicht, was ich tun soll. Warte mal. Ich weiß, ich soll zur Bank gehen. Wow, da war einer der Blocks Tokens. Das ist richtig geil. Die sind überall versteckt. Überall, wo die Pfeile auf sie zeigen. Ist schon ziemlich geil, aber ich weiß bei der Hälfte nicht, wie ich da hinkomme. Aber der eine ist im Baumhaus. Deswegen lasst uns einfach mal reingehen und gucken, ob wir es bekommen können. Sehr schön, Leute. Jetzt habe ich 52. Nur von 50 kann ich nicht auf Bäume klettern. Leider kann ich nicht auf Bäume klettern, was sehr schade ist. Aber, boah, da oben. Die kommt mal bitte drauf. Ich glaube auch von Baumhaus, oder? Oh, warte mal, kann ich nicht auf den Seil klettern? Das wäre nicht geil. Ich müsste auch zu Fred gehen, Leute. Das ist das Ding auf Fred. Oh, ja, ich kann auf die Seilen klicken. Aber Fred muss sich kurz gedulden, Leute. Boah, ich habe jetzt mal an, Leute. Ich bin lebensmüde. Definitiv lebensmüde. Ich kann nicht mal klettern. Was für Loser. Gehe ganz langsam hoch. Wo ist dein Problem? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Yes. No, no, nicht schon wieder. Oh, mein Gott, vorsichtig. Nicht unterfallen. Okay, ganz vorsichtig. Oh, ist das hoch, Leute? Ist hier noch was? Da hinten ist was? Das sehe ich auf jeden Fall. Boah, da oben ist das Statue. Da ist auch was drauf. Hier komme ich wahrscheinlich nicht durch. Lass mal kurz zu Fred gehen, Leute. Weil mich würde interessieren, was Fred eigentlich sozusagen hat. Weil ich meine, wir wollen ja immer noch die Bank ausrauben. Aber diese... Wow. Hi. Die Subway, momentan wird dort gebaut. Okay, okay, verstehe. Sehr interessant. Was? Gehe in den Kleiderladen. Ja, ich will doch gar nicht hin. Was willst du denn von mir? Ich will doch gar nicht da hin, Bro. Wieso sagst du mir das die ganze Zeit? Ich will einfach nur kurz da sein. Ja. What? Ich will einfach nur dieses Teil erholen. Okay, die bauen doch, Leute. Ist das irgendwie so eine Art Story-Spiel? Werden die dann irgendwann fertig mit dem Bauen sein? Der U-Bahn-Station? Ich glaube, ja. Lass mal kurz zu unserem Kumpel gehen, Leute. Und dem mal nachfragen, was er zu sagen hat. Weil er scheint, hat er irgendwas zu sagen? Boah, da oben haben wir mehr. Okay, das ist sehr interessant. Wo ist mein Kumpel aber? Ich meine, ich sehe nicht wirklich. Und hier ist die Bank. Wo bist du, Buddy? Ich habe keine Ahnung. Die Bank ist geschlossen. Ah, er ist hinter der Bank. Okay. Wir müssen irgendwie hinkommen hinter die Bank, Leute. Ich glaube, ich weiß sogar auch wie. Ah, hier ist ein Weg entlang, Leute. Lassen wir mal hier durchgehen. Wow, hier ist ein... Hat er da ein Loch reingebaut? Fred war immer schon ein Biest, die mich im Kanton hat. Das war unheimlich, Leute. Hey, Fred, was geht ab? Es wird für immer dauern, das hier, den Keycode zu bekommen. Oh. Vielleicht können wir darunter einbrechen. Aber die bauen doch gerade dort, der lässt uns nicht durch, der Typ. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie ich die Code bekommen soll. Du brauchst aber den Code, na? Okay, Buddy. Ich meine, wir wissen ganz genau, ich bin nicht der Beste, der Brecher von uns. Aber ich bin ein Profi in dem, was ich tue. Was keinen Sinn, der Gebt bei einem Profi ist normalerweise fast immer der Beste oder... Einer der Beste auf jeden Fall. Aber können wir da jetzt lang? Das ist meine Frage, Leute. No! Was für ein Loser. Okay, wir müssen irgendwie an die Vorbeikommen. Das steht fest. Die Frage ist nur, wie? Ah, wir müssen eine Bauarbeiteruniform bekommen. Wir müssen in den Laden gehen zum Umziehen. Hier ist ein Laden, da können wir reingehen, Leute. Genau unter der Statue, was ziemlich geil ist. Da gehen wir rein. Wir ziehen uns um, Leute, in ein Bauarbeiteroutfit. Das ist ein guter Plan. Das werde ich tun, Leute. Das werde ich definitiv tun. Hey! Wow! Das ist mal witzig, Leute. Alter, ist die dumm. Ich meine, komm schon. Was tust du da? Wieso kommst du, Kaugummi, während der Arbeit? Obwohl, ich würde genau das selber tun, ehrlich gesagt. Okay, ich verstehe schon auf jeden Fall. Aber, tja, Bauarbeiteroutfit. Das werden wir anziehen, Leute. Sehr geil. Das haben wir Bauarbeiteroutfit. Und jetzt sehen wir so aus, wenn wir dazugehören. Ziemlich episch, Leute. Das ist richtig. Das ist episch. Nicht schlecht. Hier sollten wir normalerweise reinkommen. Definitiv sogar. Hey, Buddy, was geht ab, na? Kann ich hier einfach so... What? Hey, wir müssen arbeiten. Ja, genau, wir müssen arbeiten. Lass uns arbeiten. Das ist eine sehr gute Idee. Jetzt komme ich hier wenigstens lang, Alter. Aber es gibt noch andere Outfits. Polizeioutfit und so weiter sofort. Aber der Loser hat gar nichts gemerkt. Was für ein Loser denkt. Ich bin wirklich einer von denen. Nein, bin ich nicht. Das ist meins. Sehr schön, Leute. Boah, wir sind jetzt in der U-Bahn. Was tut der? Wirklich, die ja vor sich, Leute. Kann ich da hoch? Hey, Buddy. Das ist eine sehr gute Idee. Ich will wieder hochkommen. Okay, das wird gar nicht so einfach sein, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Wow. What the freak? Wie ist das geschehen? Wieso ist es elektrisch? Ich komme da nicht wirklich hoch. Wow, wie gestört. Kann ich einfach drauf springen? Ja. Sehr schön, Leute. Geht es dann weiter? Ich bin nicht genau sicher, Leute. Ich probiere erstmal nicht mehr tot, oder? Ja, aber ich habe dafür 99 Leben. Das ist alles Gute, Leute. Das ist das Gute, meine Freunde. Dann lass mal sehen. Wir können durch die U-Bahn, glaube ich, gehen, oder? Nein, hier geht es leider nicht lang. Schade. Okay, hier gibt es mehr zu sammeln. Eine... Oh, wir brauchen dafür so eine Art Karte. Sehr interessant. Hier gibt es Werbung für andere Spiele. Oh. Das ist geil. Wer kann die Summe mal die 60, wo ich die Bilder springen könnte, wenn man das hier tun könnte. Das wäre extrem geil. Da. Da gibt es mehr. Aber das kann ich mir nicht holen. Okay, lass mal hier nachschauen, Leute, was hier geben wird. Ich meine, wir müssen irgendwie diesen Code bekommen. Wie auch immer ich den Code bekomme für die Bank. Und was zum Teufel sucht der Code überhaupt im Untergrund? Ich meine, wer versteckt den Code hier bitte im Untergrund, okay? Kann mir das bitte jemand erklären? Ich meine, der Untergrund ist ganz geil. Aber das ist schon sehr merkwürdig. Wer würde das tun? Kann ich da einfach lang? Ja. Uh. Leute. Ich bin ein Parcoursmeister. Ich mache seit Jahren ein Parcours, okay? Das ist richtig. Sehr gut. Geht es hier lang? Wow, what? No. Okay, okay, das ist gut. Ich bin froh, dass dieses Boot hier funktioniert. Das ist der Wahnsinn. Geben wir das hier? Wundervoll, Leute. Mehr Punkte für mich. Oh ja, mehr Punkte für mich. Ich sage nie, nein zu punkten. Wie sollte man auch? Ich meine, kommt schon, Leute. Das müssen wir auch aufsammeln. Lass uns hier durchgehen und gucken, was wir dort finden werden. Weil ich habe keine Ahnung, was ich hier suche. Oh mein Gott. Was ist dieser Platz? Untergrund Tempel. Oh mein Gott, das ist gestört. Nee, oder? Wir warten kurz, ob es zugeht. Oh wow. Das ist gestört, Leute. Ich werde kurz warten. Man will ja kein Risiko eingehen. Wir wollen nicht zerquetscht werden, okay? Das ist der gute... No! Das geht zweimal zu. Das war ja klar. Das hat mich das Teil verarscht. Oh mein Gott. Das war so... Warte mal. You... What? Ach so. Wir müssen weiter, ne? Genau. Okay. Das Letzte geht zweimal zu. Das ist interessant, Leute. Ich kann es nicht glauben. Das hat mich sowas von verarscht. Warte. Warte. Jetzt. Lauf. Oh mein Gott, okay. Damn, das war intelligent. Sehr intelligent. Mehr Punkte. Geil. Es geht hier hoch. Okay, sehr schön, Leute. Sehr schön. Lasst mal sehen. Hier lang. Perfekt. Hier lang. Oh Gott, Leute. Ich stelle gerade meine ganzen Parcours-Skills unter Beweis, um meine Bank auszurauben, okay? Danach werde ich nie wieder in meinem Leben arbeiten. Das ist die reichte Bank in der ganzen Stadt, Leute, weil wir die ausrauben. Wird extrem geil sein. Oh ja, das wird richtig gut sein, Leute. Oh, da können wir auch lang. Wieso ist hier Lava übrigens? Was ist das für ein Untergrund? Und ich meine, heilige Kacke, wer auch immer hier arbeiten will. Gott. Zum Glück tue ich nur so, als würde ich ein Mitarbeiter sein, aber bin ich in Wirklichkeit gar nicht. Ich will nicht da arbeiten, wo Lava ist. Ich will nicht, dass ich gut eingehe, dass ich aus Versehen reinfalle. Ich meine, das muss einer der schmerzhaftesten Tode sein, die es gibt, okay? In Lava zu fallen. Was? Alter, wo bin ich hier gelandet? What? Oh, wer wagt es, hier reinzukommen, mein Schlaf zu unterbrechen und meinen Schatz zu klauen? Ja, ich bin einer hier. Ich bin ein Schatz-Klauen, okay? Ich bin mächtiger als du. Nein, bin ich nicht. Nicht wirklich, okay? Aber kannst du mir die Schätze hier einfach geben? Ich meine, komm schon, wir können über alles reden, okay? Ich will einfach nur den Schatz haben. Mehr will ich gar nicht haben. Ich will einfach nur hier wirklich alles haben. Bitte gib mir einfach alles, was du hast, okay? Ich bin hier lang, verfeuchtig, ich bin hier lang. Uh, wir bekommen den Schatz. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich mache es trotzdem, ich hole alles raus. Was haben wir bekommen? Ein Bogen! Oh mein Gott, wir haben einen Bogen gefunden. Ja, was passiert, wenn wir diese Teile anschießen? Ja, ich bin gespannt. Ich habe selber keine Ahnung, was passiert dann? Wow, wie cool ist das denn? Ey, let's go! Dieser Bogen ist episch, Leute. Lass mal sehen. Wir müssen die Teile anschießen, ne? Boom, yeah! Okay, das erste haben wir getroffen. Ah, krass, Leute. Das ist unnormal. Ja, der Bogen wird uns sehr, sehr helfen. Das ist der Wahnsinn. Dahinter wird halt was. Oh, das war daneben. Ja, meine Bogen-Skills sind nicht die besten, muss ich jetzt... Oh, also man muss... Okay, warte mal, so, genau. Okay, das kann ein bisschen dauern, auf jeden Fall. Bisschen auch was trefft, aber das ist geil. Warte mal, komm, da wird was raus. Wow! Diese Brücke muss übrigens jetzt ziemlich heiß sein, um es zu entfangen. Also, ich will ja nichts sagen, aber... Ich glaube, die Brücke könnte sehr, sehr heiß sein. Nein, kann ich das erwischen von hier? Lass mal sehen. Nein, leider nicht, schade. Okay, alles gut, Leute. Lass uns hier lang gehen. Wow! Wir müssen einen großen Schlüssel haben. Ja, da steht fest, dass man da... Nein! Ah, schon wieder daneben. Trifft diesmal. Sehr schön, das muss treffen. 100%ig, Leute. Aber da passiert leider gar nichts. Verdammt. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Doch, das haben wir nicht getroffen. Trifft das. Yes! Was passiert jetzt? Oh, das ist heftig, Leute, was hier gerade vor sich geht. Okay, ich werde die Teile auf jeden Fall... Ich werde alle meine Vorteile nutzen. Nur um diesen großen Schlüssel zu bekommen. Vor allem, man muss bedenken, wir tun das hier alles, um eine Bank auszurauben. Okay? Und es wird sich lohnen, Leute. Es wird sich lohnen. Wir werden erfolgreich die Bank ausrauben. Gib mir das. Yes! Aber es ist ein großer Schlüssel. Das ist ein kleiner Schlüssel, oder? Ich glaube, das ist eher für diese Tür dort hinten, weil der Schlüssel ja auch gelb war. Und das Schloss ja auch gelb ist, Leute. Das könnte ich mir vorstellen. Lass mal sehen. Ja, wir gehen hier rein. Sehr schön. Und? Freizeichen. Okay, was müssen wir tun? Ah, hier? Oh! Ja, ich habe... Oh, krass, Leute. Wir müssen die Pfeile da durchschießen. Oh, mein Gott. Das erinnert mich so ein bisschen an Tom Brady, da? Ich fühle mich wohlfürdig wie Lara Croft, Leute. Das ist der Wahnsinn. Bam! Sehr schön. Wir müssen es gemeistert haben. Und jetzt, was bekommen wir? Oh, eine Truhe. Okay, was ist da drin? Gib mir bitte alles. Gib mir bitte alles. Okay. Gib mir was ist hier drin? Ich glaube, der Riesenschlüssel, oder? Wow! Dieser Schlüssel sieht aus, als würde der Bowser gehören. Für die große Tür. Okay, sehr schön, Leute. Wir machen einen guten Job. Ich muss sagen, ich bin ziemlich stolz auf mich, dass ich hier so gut durchkomme. Das ist schon auf jeden Fall der Wahnsinn. Lass mal sehen. Ich spiele hier runter. Wundervoll, Leute. Und gehe rein. Yes, wir haben endlich den Schlüssel bekommen. Ich bin so happy. Und wir haben noch 5 Minuten Leben. Ich mache das auf. Okay, sehr geil. Wo gehen wir lang? Das ist so mysteriös. Ich frage mich, was da vorne liegt. Ja, das frage ich mich auch, Bruder. Du bist nicht der Einzige, okay? Wow! Was haben wir hier? Das ist der Wahnsinn, Leute. Was jetzt? Oh nein. Ich habe kein gutes Gefühl. Warte mal. Bitte sagen wir nicht. Oh, what? So was ist das? Das ist ein Video-Zeichen. Okay. Okay. Okay, what? Alter, wer bist du, Mann, Bro? Oh, what? Ich attackiere nicht einfach. Oh, du hast ein Schaden. Oh, mein Gott. Wir sind so stark. Wir sind so stark. Ah, ich habe mehr Leben. Ich bin übermächtig. Ich habe es doch gesagt. Okay, nein, verdammt. Wir müssen doch mal zurück gehen. Bitte nicht. Wenn wir nicht ein einziges Mal erwischt werden können, dann ist es eine richtige Challenge, Leute. Weil, auch wenn wir einen guten Schaden machen. Aber, wenn er uns trifft, sind wir sofort tot. Das ist ja quasi das Ding. Deswegen, ich würde gerne eigentlich rauszoomen. Aber ich kann das nicht, leider. Das ist das Ding, leider. Das ist ein großes Problem. Okay, warte mal so. Oh, was? Ich werde mich aufgeben. Dritter Versuch. Dritter Versuch. Dritter Versuch. Dritter Versuch, Leute. Das ist mein dritter Versuch. Wortwörtlich. Bitte nicht. Bitte nicht. Du weißt nicht, will ich sterben. Du weißt nicht, will ich sterben. Oh, nein. Gott, das war so kurz davor. Stirb. Stirb. Bitte. Oh, mein Gott. Oh, die Hand war über mir. Die Hand. Oh, nein. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay, ich wollte dich zum Bein bringen. Wirklich nicht. Oh, mein Gott. Was habe ich getan? Es war nur noch ein Baby. Es war nur noch ein Baby. Oh, Gott. Okay, alles gut, Leute. Keine Panik. Ich weiß, was ich tue. Oh, weil es nur ein Baby war. Es war nur ein Baby. Es war nur ein Gottes Baby. Ein Gottes, gottverdammtes Baby. Okay, es ist kein Problem. Wir haben den Schmonster geschlagen. Ja, lass uns sehen, was er uns vorhin erwartet. War es das wirklich? Ist das das, was uns wirklich erwartet? Nur das? Wir werden sehen, Leute. Es gibt eine Menge dieser roten Teile einzusammeln. Die sind überall versteckt. Und bis jetzt habe ich viele eingesammelt, aber nicht alle. In der Stadt gab es noch sehr viel. Lass mal sehen, was wir bekommen werden. Und wir schauen rein. Und wir bekommen... Wow, die Karte. Oh, mein Gott. Nur all das für eine Karte? Ja, anscheinend schon. Warte mal, es geht wieder runter. Haben wir es geschafft? Es geht runter, Leute. Okay, das ist episch. Das feiere ich sehr, Leute. Lass mal sehen. Wohin gelangen wir jetzt? Warte mal, haben wir es geschafft? Wow. Oh, da oben ist was. Ich würde gerne hinkommen, ehrlich gesagt. Leider kann ich keinen Doppelsprung machen. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe die Taktik raus. Bam. Yes. Oh, mein Gott. Ich bin ein Genie. Ein Puzzle-Genie. So nannte er mich auch in der Schule. Ich glaube, ich darf den Boni nicht berühren, oder? Doch, kann ich. Okay. Sehr gut. Auch wenn es ein bisschen aussieht wie... Naja, ich wollte es ja nicht sagen. Aber fängt mit K an und N mit Acke. Okay, fängt mit K an und N mit Acke. Genau, sehr schuld. Wir kommen jetzt hier rein. Wow, was jetzt? Was ist das für Geräusche, Leute? Was passiert hier? Können wir da allein... Was ist das für Geräusche? Hör auf damit. Ach, du Kacke. Wow. Okay, hier geht es lang. Wow. Ist das ein Scherz? Was für eine Verarsche. Die wollen mich umbringen. Soll ich nach unten gehen? Ah. What? Das muss eine Verarsche sein. Ich kann da nicht lang, Leute. Ich kann da nicht lang. Aber ich glaube, ich muss da lang, oder? Ja, ich glaube, ich will aber lang gehen. Okay, warte mal. So. 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 Oh. Wir haben es gemeistert. Okay. Ich habe nur gesagt, ich bin ein Puzzle-Genie. Ich habe es euch gesagt, Leute. Das können wir... Wow. Oh, mein Gott. Ja, die U-Bahn geht an, Leute. Das ist sehr schön. Können wir hier lang? Ja, hier können wir lang. Okay. Warte mal, wir können jetzt hier in die U-Bahn. Okay. Müssen wir wieder ein Parcours machen? Bitte nicht. Ich meine, ich habe ja gesagt, ich bin gut am Parcours. Hä? Hä? Oh. Was? Das macht keinen Sinn, wenn ich zurückgehe. Geht sich kaputt? Okay. Was für eine Verarsche, Leute. Das ist eine extreme Verarsche. Okay. Wir sind jetzt hier. Wir können jetzt in die U-Bahn gehen. Die ist jetzt nämlich an, so wie es aussieht. Oh, da. Yes. Wir sind drin. Oh, mein Gott. Wir fahren jetzt mit der U-Bahn hier lang. Das ist der Wahnsinn. Macht sie es kaputt? Ja, sie macht es einmal kaputt. Was zum Teufel? Das ist so episch. Okay. Wir fahren jetzt einfach lang. Sehr schön. Oh, no. Was zum Teufel ist das? Das ist jetzt. Oh, mein Gott. Das war eine schlechte Idee. Lass uns hoffen, wir überleben. Lass uns hoffen, wir überleben. Sei du bei der Situation drin. Du kannst schön reden am Telefon, Bro. Heilige Kacke. Was ist dein Problem? Gott. Ich hätte heute Morgen nicht drei Kaffee trinken sollen. Das steht fest. Ich hätte definitiv keine drei Kaffee trinken sollen. Wie komme ich da rein? Ah. Okay. Ich kann einfach... Oh, mein Gott. Komm ich hier wieder rein? Jetzt mal ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das bekommen soll. Ich werde früher oder später wieder reinkommen, oder? Oder vielleicht durch ein Fenster. Ja, ja. Durch die Tür. Durch die Tür, Leute. Passt auf. Hier lang? Ne. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen irgendwie hochkommen. Langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Yes. Oh, mein Gott. Wir haben es gemeistert. Das war gut versteckt. Das geht nicht zu. Aber nichts vom Meister für mich. Wo sind wir jetzt? Das war die grausamste Idee, Everyear zu kommen. Wow. Was bist du? Wer bist du? Du kommst hier nicht durch. Doch, du hast mich ja die Tür geöffnet. Ich komme ja definitiv durch. Ich komme auf jeden Fall durch. Was für ein Loser. Denk ich komme da nicht durch. Hier gibt es mehr dieser Punkte. Wow. Das ist ein Geisterschiff, Leute. Ja. Das ist die Definition eines Geisterschiffs. Aber da komme ich nicht durch. Wir müssen das Geisterschiff verwenden. Das ist nicht die beste Idee, die ich jemals hatte. Aber hey. Wow. Ich bin der fliegende Dutchman. Könntest du mir helfen, irgendwas zu finden? Okay. Wir müssen das magische Stundenglas finden. Oder Zeigler. Oder wie auch immer. Okay. Top of the... Okay. Oh. Wenn ich das finde, bringst du mich nach oben. Sehr schön. Da ist es doch. Ich meine, das ist nicht wirklich schwer zu finden, Loser. Ich meine nicht Loser. Nicht Loser. Okay. Das war nur Scherz. Das war nur Scherz. Wow. What? Oh my God. Okay. Wir müssen uns beeilen. So was hatte ich auch noch nie. Ich meine, ich bin zwar sehr gut in Puzzeln. Sehr, sehr... Wow. Was jetzt? Wow. What? Wo sind wir jetzt? Okay. Das war sehr merkwürdig, Leute. Hier gibt es mehr davon. Was bringt mir das aber? Warte mal. Da gibt es... Vor allem, dass die überhaupt mit diesen grünen Pfeilen angezeigt werden. Man kann die eigentlich kaum übersehen. Das ist das Ding, Leute. Da oben ist noch was. Kann ich da irgendwie... Es wird schwer. Es wird sehr schwer. Wie komme ich da oben drauf? Zeitglas aktiviert. Sehr schön, Leute. Und wir müssen weitergehen. Ja, lass uns aber weitergehen. Ich soll mir irgendwas bringen, ne? Ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ne, ich komme da nicht hoch. Oh nein, das wird nix. Zumindest so nicht. Das ist so krass. Die ganze Map verändert sich. Oh my God. Das ist so merkwürdig. Hier ist aber nicht die Zeitglas aktiviert. Verändert sich die ganze Map. Es ist einfach alles anders. Das ist so merkwürdig. Hoch komme ich natürlich trotzdem nicht. Diese Bäume vor allem. Ich weiß nicht wieder, was sie bringen sollen. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie aufs Haus kommen, ne? Sehr wahrscheinlich, Leute. Wow. Hier können wir hochklettern. Oh, warte mal. Aber nur für zwei Sekunden. Oh my God. Okay. Wir haben es rausbekommen. Ich habe doch gesagt, ich bin gut am Puzzeln. Es hat nicht zwei Stunden gedauert. Nein. Es hat nicht zwei Stunden gedauert. Nein. Okay. Wir haben mal. Wir gehen jetzt hier hoch. Pass auf, Leute. Wow. Das ist merkwürdig, wie du hochklettern hast. What? Was tust du da? Was tue ich da? Oh Gott. Okay. Warte. So. Genau. Okay. Nice. So. Jetzt hier lang. Perfekt. Okay. Das können wir holen theoretisch. Wieso nicht? Das hole ich gerne. Sehr schön. Die Frage ist, müssen wir... Oh nein. Das verschwindet, oder? Wow. Okay. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Wir müssen schnell sein. Ganz schnell. Wir haben keine Zeit, um irgendwas zu holen. Solange wir das Teil nicht holen, haben wir viel mehr Zeit. Hier lang. Genau. Hier lang. Wunderschön. Hier lang. Genau. Sehr schön. Und... Oh mein Gott. Wir haben den Schlüssel. Und der wird uns erlauben, hier reinzugehen. Das wird der Wahnsinn sein. Und was... Wow. Was ist zum Teufel... Wow. Oh no. Okay. Ich gehe jetzt einfach lang. Ich gehe jetzt einfach lang. Das ist gestört. Das ist so gestört. Ich kann nicht... Ich kann mir nicht... Ich glaube nicht, dass ich sowas tue. Für wen tue ich das überhaupt? Für mein Kumpel. Will dir Geld auch so? Will das Geld dann überhaupt so wichtig? Ich meine, komm schon, Leute. Ich meine, ja. Ich könnte mir alles holen, was ich will danach. Aber das... Ich will riskieren mein Leben. Wenn ich sterbe, bringt mir das Geld auch nicht wirklich was. Okay. Aber wenn ich nicht sterbe, dann bringt mir das Geld ja schon was. Also... Das ist ja schon. Okay. Wow. Okay. Jetzt können wir zurück zu unserem Kumpel. Naja. Das ist nicht wirklich mein Kumpel. Okay. Ich wüsste, das war mein Kumpel. Aber ich glaube, er will nicht gerade mein Kumpel sein. Wir können hier hochgehen. Wow. Okay. Das ist krass. Wo ist er? Wow. Wir kommen jetzt von hier da rein. Okay. Ich habe das jetzt gefunden, was du gesucht hast. Du wolltest doch dein... Dein Lenkrad haben oder wie auch immer. Okay. Ah, ja, ja, okay. Das ist sehr schön. Okay. Okay. Gehen wir einfach rein, Leute. Kann ich einfach... Yes. Okay. Fahr mich. Oh. Du hältst dein Wort. Das finde ich sehr gut. Das finde ich super. Okay. Ich bin sehr froh, dass man auf dich zählen kann. Du bist der Beste. Ich weiß nicht, ob du mich luselig bist. Und ich kann nicht glauben, dass ich gerade mit dem Geistenschiff fliege. Ich meine, wenn ich jetzt meinen Freunden erzähle, die werden mir niemals glauben. Oh, halt mal. Ich habe keine Freunde. Ich habe keine Freunde. Was ist das denn? Das ist gestürzt. Oh, da war noch was. Oh, nein. Das ist nicht das Problem, Leute. Ich kann damit leben. Auf jeden Fall. Wir gehen einfach lang. Ganz easy. Ich meine, was ganz normal. Es ist manchmal jeden Tag. Ich gehe jeden Tag auf so ein Geistenschiff. Definitiv. Ich bin nicht aufgeregt. Okay. Blablabla. Ich mir egal, was du sagst. Danke, dass ich aussetzen konnte. Ich meine, danke, dass du cool bist. Okay. Warte mal. Hier können wir lang. Wir müssen das wieder aktivieren. Ah. Parcours schon wieder. Du machst es mit dem Falschen. Ich bin... Oh, mein Gott. So, hier lang. Genau. Ich hoffe, das hat uns nicht alles gekostet, Leute. Ich hoffe, das hat uns nicht alles gekostet. Hier lang rennen. Genau. Die Teile verschwinden leider bald. Leider, leider, leider. Wollang jetzt? No. Jetzt müssen wir es wissen. Hier lang. Ja. Die Frage ist, ich glaube, ich müsste hier bleiben. Ich glaube, ich muss hier bleiben, Leute. Ja. Oh, du wisst ihr, warst du eine Idee? Ich habe eine Idee. Oh, nein. Das warst du da. Warst du das? Oh. Oh, Gott. Okay, hier hat sich nichts verändert. Das ist sehr gut. Ich dachte schon für eine Sekunde, ich werde sterben. Oh. Da hat mir das Geld wirklich gar nicht mehr gebracht. Oh, mein Gott. Okay. Äh, ein. Wow. Das können wir benutzen, um mir die Bank einzusprechen. Du hast recht. Von woher siehst du das, was ich sehe? Woher siehst du das, was ich sehe? Das würde mich interessieren. Was? Ich steige aber ein. Wow. Oh, mein Gott. Damit kann man auf jeden Fall die Bank einzusprechen. Das ist eine sehr gute Idee. Wow. Ach, du Kacke. Das ist ohne mal. Ich liebe dieses Derteil. What? No. Alter. Ja, wir sind drinnen. Lass uns reingehen. Das ist eine sehr gute Idee, Buddy. Das ist eine sehr gute Idee. Lass uns einfach reingehen. Hehehe. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben eine Leiter. Den nehme ich gerne. Sehr schön. Das ist das erste Mal, dass ich was tue. Oh Gott, ja. Hier ist jetzt. Wir können jetzt nach oben einbrechen. Das ist sehr schön. Da wollen wir mal, Leute. Hier. Oh, oh, oh. Hier lang. Okay, freu ich dich. Vorsichtig. Sehr schön. Lauf, lauf, lauf. Oh. Oh, lauf. Oh. Ich bin tot. Das geht mir gar nix. Okay, Spaß, Spaß, Spaß. Ich habe mehr Leben. Ich habe mehr Leben. Wir dürfen das Wind nicht vergessen, Leute. Keine Panik. Ich habe mehr. Oh, mein Gott. Alles gut. Ich weiß, was ich tue. Super gut. In dem, was ich tue. Super gut. In dem, was ich tue. Sehr gut. Oh. Warte. 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 Genau. Vorsichtig. Vorsichtig. Und hoch. What the hell? Okay. Langsam. 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 Ganz langsam. Ganz langsam. Oh. Hier ist ein... Oh, mehr, mehr dieser roten Teile. Was haben wir die bringen? Ich habe keine Ahnung. Oh. Wo sind wir jetzt? Okay, mehr davon. Sehr schön. Ich will die haben. Aktiviert das. Wundervoll. Sehr gut. Was haben wir hier? Oh, wir können die Tür einfach öffnen. Das ist sehr gut. Wir gehen jetzt aber weiter. Hier ist ein Unfall. Oh. Ja, das tat weh. Das tat weh. Okay, ich weiß nicht, wo es ist. Oh. Oh, mein Gott. Man muss hier richtig schwitzen. Okay, langsam. Leute, wir müssen es schaffen. Es geht hier um mehr Geld. Oh. Es geht hier um sehr viel Geld. Oh. Keine Panik. Ich mache keine Panik. Oh, mein Blut zum Teufel. Einfach nicht hinsehen. Einfach nicht hinsehen. Einfach nicht hinsehen. Oh. Oh. Okay. 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 Warte mal. Warte mal. Oh, mein Gott. Ich bin tot. Oh, mein Gott. Was ist das bitte für ein Ort? Das ist ein Scherz. Diese Bank ist... Es geht weiter. Wie komme ich hier lang? Oh, nein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich gehe jetzt da lang. Ah, lauf. Oh. Oh, mein Herz. Mein Herz. Oh. Oh. Ja, mach das aus, bitte. Yes. Oh, dieses blöde Ding. Gott. Okay. Easy game. Easy life. Ich schwitze nicht. Es ist alles gut, okay? Ich weiß, was ich tue. Ich bin nicht aufgeregt. Alles bestens. Ja, lang. Ja, schön. Perfekt. Einfach springen. Einfach springen. Das, was du geübt hast. Oh, Dynamit. Okay. Okay, wollte. Okay. Die Tür können wir sprengen. Ist eine gute Idee. Ich frage mich immer noch, wie du überhaupt siehst, was ich sehe. Aber es ist eine gute Idee. Du hast immer die beste Ideen. Oh, Gott. Ich meine, meine Familie hat, wie gesagt, ich soll nicht mit ihr abhängen. Und ich habe nicht auf sie gehört. Und jetzt bin ich hier. Und wir räumen eine Bank aus. Ich wusste auch nicht, ob ihr mich hören soll. Aber ich mache damit. Ich mache damit. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Oh, ja. Gib mir das ganze geile Geld. Oh, 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 ja. Das ganze geile Geld. Weiß, was wir noch überleben. Oh, mein Gott. Ist das viel Geld. Heilige Kacke. Wir müssen jetzt irgendwie noch rauskommen. Oh, gib mir mehr Geld. Ich will einfach nur das ganze Geld aufsammeln. Ja, klärt er hier hoch. Sammle das ganze Geld. Alles meins, alles meins, alles meins. Oh, yes. Uh, ich bin nicht Geldgeil. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Null Prozent Geldgeil. Geld macht dich glücklich. Okay, vielleicht ein bisschen. Okay, jetzt bin ich schon glücklich. In dem Moment bin ich schon glücklich. Okay, es fehlt aber noch was. Oh, nein. Es fehlt noch ein Cent. Nein. Ist das ein Scherz? Wo ist mein letzter Cent? Nein. Wo ist der? Oh, da ist er. Oh, nein. Ein Alarm. Sie haben uns entdeckt. Okay, wir müssen einfach nur abhauen, Leute. Wir müssen einfach nur abhauen. Ganz vorsichtig. Wo lang geht das denn überhaupt? Da lang? Oder wo lang? Der Alarm ist an. Wer soll kommen? Hier lang? Nee, da sterbe ich. Da sterbe ich. Da sterbe ich. Oh Gott. Oh mein Gott. Hier lang? Geht's hier lang? Nein, da geht's nicht lang. Verdammte Kacke. Sehr schön, ey. Jetzt wieder springen. Proff ihm springen. Das hat mich an Star Wars Episode 1. Oh. Ja, definitiv. Okay, hier lang einfach. Wir gehen jetzt einfach raus, Leute. Genau. Das ist alles gut. Mein Kumpel und ich, wir wissen, was wir tun. Wir machen das schon sehr lange. Dieser Job. Okay, jetzt einfach hier lang rennen. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh, wir sind draußen. Oh mein Gott. Oh nein. Wir haben es geschafft, oder? Polizei. Oh nein. Fuck deine Hände nach oben, du Verbrecher. Oh mein Gott. Nein, ich will nicht. Oh nein. Jetzt ist es aus. Wollen wir ins Gefängnis kommen? Es ist ein Scherz. Nein, dieses Gefängnis bringt mir das ganze geile Geld auch nichts. Wir müssen rauskommen. Oh Gott. Okay, wir müssen rauskommen. Das ist okay. Hier haben wir ein Bild von mir. Ach ja. Ich kann mich erinnern. Das war ein wunderschöner Urlaub. Da habe ich meine Frau, meine Kinder. Ach Sophie. Meine kleine Tochter. Gott. Hier ist mein Teddy. Ja, mit dem schlafe ich. Mit dem schlafen. Wir müssen wieder rauskommen, Leute. Wir müssen wieder rauskommen. Boah, ich hasse das Gefängnis. Hier wurde ich so oft geschlagen von den ganzen Häftlingen. Die machen keinen Spaß. Die machen keinen Spaß. Ich muss irgendwie langsam ausbrechen. Ich hasse dieses Gefängnis hier. Schnell raus. Wow. Was für ein Gefängnis? Ja. Da muss ich jeder klar. Oh. Hände hoch. Okay. Ich kann es nicht machen. Ich mache meine Hände hoch. Nochmal. Nochmal. Ich komme hier nicht lang. Okay, das ist beschissen, Leute. Sehr beschissen. Aber alles gut. Wir entkommen dem Gefängnis. Wir dürfen nur nicht gesehen werden von Polizeiwärtern. Dann ist alles gut. Hier gehen wir lang. Coats. Ich habe den beschissenen Coats nicht. Ach mein Gott. Oh Gott. Ich war jahrelang hier drin. Jahrelang. Oh nein. Da ist der Polizist. Da ist der Polizist, Leute. Keine Sorge. Wir müssen ihn ausdrechnen. Ich bin ziemlich erwidrig. Ja, wir tricksen ihn aus. Sehr gute Idee. Genau. Einfach hier lang. Wundervoll. Wir gehen nach oben. Sehr schön. Er wird mich nicht sehen. Hier bin ich sicher. Oh mein Gott. Ich bin wirklich sicher. Hat es geklappt? Veraktiviert das? Oh. Okay. Next. Lass mal sehen. Was haben wir hier? Kameras. Ich eröffne das. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. No. 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 What? Wir haben es gesehen. Es ist ein Scherz. Warte mal. Es ist offen. Es ist trotzdem offen. Oh. Ja. Das ist nicht gut. Okay. Einfach hier lang springen. Ganz einfach. Das habe ich nicht jeden Tag gemacht. Nein. Ich bin einfach gelogen. Das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin der Beste drin. Obwohl, ich bin schon ziemlich gut drin. Hier lang. Hier lang geht nicht. Okay. Schade, schade, schade. Ich habe immer noch meinen Bogen. No. Was ist, wenn ich mit dem Bogen abschieße? Ich glaube, es geht leider nicht. Aber es ist okay. Ich kann damit leben. Ich mache das selber aber nochmal. Wir müssen feuchtiger sein. Hier lang. Oh Gott. Hör zu, Teddy. Ich liebe dich. Okay. Teddy, lass mich bitte nicht allein. Ich liebe dich über alles. Nein, ich muss dich allein lassen. Du kannst nicht gehen. Ich werde es nicht mitnehmen. Ich kann nicht von meinen Freunden mit dir spielen. Auch wenn ich dich liebe. Ich liebe dich, Teddy. Okay. Ich liebe dich über alles, aber es geht nicht mehr. Ich kann nicht. Schon wieder. Oh nein. Wir müssen es schon wieder selber machen. Ist kein Problem. Ich kann damit leben. Hier zu entkommen ist gar nicht so einfach. Bitte drehe dich in die andere Richtung. Bitte dreh dich in die andere Richtung. Bitte. Oh my God. Wir können wieder hier lang gehen. Ich weiß, was ich tue. Okay. Sehr gut. Ich gehe einfach lang. Wundervoll. Langspringen. Ja. Das kann ich gut. Ja. Oh nein. No, no, no. Oh my God. Oh. 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 Kann ich hier lang? Kann ich hier lang? Oh nein. Ah. Wo ist der Polizist? Wo ist der Polizist? Wo ist der Polizist? Keine Ahnung, wo er ist. Polizist, wo bist du? Wir lang gehen. Oh. 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 Er kommt. No. Wie hast du mich gesehen? Dieser Gefängnisausbruch ist echt eine richtige Challenge. Das ist kein Witz mehr, Leute. Das ist richtig. Kein Scherz. Kein Witz mehr. Alter. Das ist kein Witz mehr, Alter. Das ist kein Witz mehr, Alter. Hier lang. Wo ist er? Da ist er. Okay. Vorsicht. Warte mal. Warte mal. Er wird jetzt hier lang gehen. Aber ich kann da nicht lang, oder? Ich kann jetzt hier lang. Ich kann jetzt hier lang. Er wird sich nach da drehen. Das soll ich machen. Ist okay. Ist okay. Gib mir das hier. Da kann ich nicht lang. Das ist echt blöd. Das ist sehr blöd. Uh. Uh. Okay. Rotate the blue. Oh mein Gott. Was? Ah. Okay. Ich verstehe. Ja. Das soll kein Problem sein. Okay. Ich weiß, wie das geht. So. So. Sehr schön. Oh. Ist das noch was Neues? Okay. Ich hab das lange nicht mehr gemacht. Das ist schon lange her. Ich hab noch nie sowas gemacht. Aber es war nicht das schwerste Puzzle. Was? Oh. Werden sich die Polizisten nicht wundern? Ich glaube nicht, Leute. Wenn es so weiter geht. Yes. Okay. Sehr gut. Wir können hier lang. Die Polizisten dürfen nix hören. Oh nein. Da ist ne Keykarte. Die nehm ich mal lieber. Gib mir das. Sehr schön. Oh mein Gott. Oh nein. Wir können sie in der Küche benutzen. Sehr schön. Aber. Wo ist der andere Polizist? Er ist. Warte mal. Ich hab keine Ahnung. Wolland geht's jetzt hier? Wo bin ich hier? Oh mein Gott. Das ist die Küche. Die Polizeiküche. War grandios, Leute. Grandios. Die Polizeiküche ist legendär. Gehen wir wieder. Was? Zurück? Okay, warte. Ja, ich hab ne Schlüsselkarte. Ich kann damit rauskommen. Ich musste über die Lasers springen. Wunder zu sterben. Sehr gut. Okay, wo lang jetzt? Irgendwo muss ja die Küche sein. Ja, hier ist die. Oh. Da lang, da lang, da lang, da lang. Ich wusste doch. Ich konnte mich erinnern, dass ich eine Tür nicht benutzen konnte. Uh. Ein Schraubenzieher. Okay. Okay. Ah. Wir können in einen Schacht gehen. Das ist ne gute Idee. Du hast immer die besten Ideen. Du hast die allerbeste Ideen. Ja. Uh. Ich wusste, dass wir damit irgendwas machen werden. Jetzt ganz leise. Oh ja. Sehr gute Idee. Sehr gute Idee, mein Freund. Ich wusste, ich sollte nicht auf meine Freunde und alle Leute, die mir wichtig sind, hören. Ich wusste, dass du ein guter Einfluss bist. Ich wusste es von Anfang an. Du bist der Beste. Definitiv. Okay, wir gehen hier lang. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wundervoll. Perfekt, perfekt, perfekt. Und wir sind hier. Yes. Jetzt geh ich hoch. Alles gut. Ich weiß, was ich tue. Gott, mein Leben ist eine Katastrophe. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas passiert. Alle meine Freunde haben einen normalen Job und ich bin der Einzige, der ein Gefängnisinteressist ist. Gott. Hier haben wir die Duschen. Hier war ich schon so oft. Gehen die schlimmsten Sachen passiert. Mir ist die Seife so oft untergefallen. Die verdammte Seife. Ich hasse die Seife. Okay. Ich will nicht überreden. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. What the frick is das? No, 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 no. No. Komm, stell auf den Helikopter. Danke, ich wusste, ich kann dir vertrauen. Der Bart sieht perfekt aus. Fred. Dein Name ist Fred. Okay, gut zu wissen. Fred. Fred. Ich habe deinen Namen für die Sekunde vergessen. Okay, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Dein Name ist merkwürdig. Okay, dann. Oh Gott, nein. Alles gut, wir fangen wieder hier an. Alles perfekt. Ich weiß, ich habe alles in Kontrolle. Alles in Kontrolle. Es ist alles einfach nur perfekt. Ah, oh, oh, oh. Alles ist perfekt. Perfekt. Oh, oh Gott. Oh, mein Leben ist eine Katastrophe. Oh, mein Leben ist eine Katastrophe. Oh, mein Gott, habe ich noch gesagt. Einfach so. Genau, sehr schön. Ja, perfekt. Oh, spring. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, ja, ja. Alles gut. Das ist easy. Easy game. Oh, oh, oh. Nur für den Punkt. Das war nicht der richtige Weg. Oh, mein Gott. Das war nur für den Punkt. Ich kacke auf den Punkt. Oh, wir haben schon einen für 80 von 50. Okay, wir sind ganz gut dabei. Aber ich habe nicht alle eingesammelt, leider. Das war das große Problem. Es ist ein großes... Oh, no, no, no. Wir müssen hier lang. Oh, mein Gott. Ist das gestört. Alter, diese blöden Lichter. Wieso ist dieses Gefängnis so sicher? Tja, für Leute wie mich... Oh, mein Gott. Ich habe so gesagt. Für Leute wie mich. Wieso Panik ist so... Ich muss nur zum Seil kommen. Es ist nur... Oh, oh, what? Okay, ich kann einfach... Oh, 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 oh. Okay, ich sage doch, Fred, dass ich drüberspringen kann. Was zum Teufel? Ich wusste nicht, dass ich drüberspringen kann. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Alles gut, Leute. Keine Panik. Ich weiß, was ich tue. Oh, wir haben es geschafft. Oh, mein Gott. Hast du das Geld hier, Fred? Sag mir bitte, du hast das Geld hier. Yes. Du hast das ganze Geld gelagert. Fred, du bist der Beste. Wurdest du eigentlich nicht verhaftet? Wow. Wow. Nein. Ich wollte nicht wieder teleportiert werden. Oh, no. Wir sind wieder in der Stadt. Okay. Was soll ich hier suchen? Nein, ich wollte nicht wieder in die Stadt. Yeah, mehr Punkte. Sehr schön. Aber wir haben es geschafft. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Wir müssen unser Outfit ändern. Das ist keine Frage. Ich kann nicht so weiterlaufen. Ich meine, die Leute werden mich für einen Verbrecher halten. Und wir beide wissen, ich bin kein Verbrecher. Hey, Lady. Mit dem Kaugummi im Mund. Was nicht wirklich kauen kann. Ich werde jetzt... Ich werde... Ich werde Polizist. Ja, das ist richtig. Ganz einfach Polizist. Sehr schön. Yes. Okay, ich bin Polizist. Das ist wundervoll. Ich liebe es. Ich liebe es absolut. Das ist ein Traum. Und das war's. Das ist episch. Wir sind Polizist. Das war's für das Video, Leute. Wir haben's gemeistert. Das war ein Abenteuer für mehr Roblox. Lasst ihn doch oben. Da unten solltest du kostenabonniert, um keine Videos mehr in der Zukunft zu passen. Fand ich's getan. Das zeigt mir die Glocke da unten. Da wirst du mich benachrichtigt, sobald ich das neue Video lade. Und du gehst so locken, ey. Hi, wir vlogen, ey. In der Beschreibung findest du ebenfalls meinen Shop. Der, da läuft momentan eine Aktion. Denn wenn du ein Pullover kaufst, bekommst du ein T-Shirt, eine Lampe oder ein Turmbeutel kostenlos dazu. Also check den Shop aus. Dann, ja, kriegst du, wie gesagt, was kostenlos dazu. Das geht nur für eine begrenzte Zeit. Danach bekommst du nichts mehr kostenlos. Aber für die begrenzte Zeit schon. Also link in der Beschreibung zum Shop. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Drei, zwei, eins. Bye, bye. Danke für das so eine schöne Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und wenn du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Videocontents. Und wenn du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke für das so eine Schauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.